Hallo und willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir machen heute wieder ein bisschen Ghost Freak & Riteline zu spielen das. Und ich hoffe, dass ich nicht sterbe. Malte muss mich jetzt hochholen. Ich habe noch 15 Sekunden. Warte. Okay, ganz schnell. Okay, hinter mir, hinter mir. Ich bin tot. Scheiße. Du siehst, das ist gar nicht so leicht. Okay, das ist wirklich nicht so leicht, wie ich dachte. Hey, Marty. Geh einfach in die Häuser. Weil da können wir uns ja nicht töten. Ja. Wir müssen ja eigentlich alle töten. Wir müssen einfach nur diese 2 Minuten dort überleben. Ja, ich glaube auch. Und dann direkt die töten. Ja. Aber ich mag die Waffe. Die ist irgendwie geil. Na, ich mag das, dass ich da in den Rocket Launcher randingsen kann wieder. Ist ja eigentlich kein Rocket Launcher, sondern ein Granatwerfer. Nein, nicht. Okay, ich zerstöre erstmal direkt dieses Funk-Teil. Dann töten wir alle. Jo. Ich glaube, warte mal. Funk-Teil mache ich. Warte, wir töten erstmal die Leute am Funk-Teil. So ist das auffällig. Ne, es sind 2. Okay, dann wieder schön Schalldämpfer raufmachen. Funk-Teil war mal. Und du meintest, das war kein bisschen... Du meintest, das war nicht auffällig. Hier hat ja keiner bemerkt. Ziemlich blöde von denen, ne? Fick mal Drohne los. Die Drohne ist oben. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Ich habe einen. Drittes Ziel. Ich habe noch einen. Ich weiß nicht, mein Drohne hat nicht genug Reichweite. Ich habe noch ein paar mehr. Ja, meine hat auch nicht so gereicht. Ah, guck mal. Das sind echt viele, ne? Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Oh, Digga. Wie komme ich denn hier irgendwo gut runter? Keine. Okay. Lass erstmal alle auf dem Gebiet ausschalten, ne? Ey, das ist ja mega das Luxus-Dings, ne? Ja. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe auch einen. Ich habe noch einen. Ich habe es gesehen. Ja, ich werde von hinten rein. Noch einer down. Da ist. Bleib du, ich bin von hinten drin und dann. Ich bin hinter dir. Schönen Silence machen. Silence. Die, 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 die. Silence. Okay, ich fange wieder Stalli rauf. Abschluss bestätigt. Niemand merkt, dass der Typ tot ist. Worauf denn darfst du noch welche, Matthias? Hm. Ich gehe von hinten. Ja, ich bin hier mitten im Frontal drin. Ich bin gerade bei den Scheißhäusern. Geil, schick ein Bild. Dann komm in die Gruppe, mal. Komm in die Gruppe. Ein Drecksack weniger. Wurste entdeckt? Ich glaube schon. Scheißdreck. Okay, du wirst entdeckt. Unter mir bleibt es drei Leute. Da ist deine Kartell aus. Wurde ich eine Deckweite? Sekunde. Guck, dass du wieder an dein Kabel kannst. Ich lass mich noch nicht auffliegen. Okay, ich bin nicht aufgeflogen. Ja, ich dachte, ein bisschen die Stimmung. Die Wache ist echt stark, ne? Nicht schlecht, kann man sagen. Schlecht, sehr schlecht. Ich glaube, mittlerweile bin ich aber auch aufgeflogen. Ich habe hier immer Pensionliste zu stecken. Ja, mache ich doch. Ja. Du hast einen Zivilisten erschossen. Ah, der ist schön. Außer, dass ich es nicht sehen. Haha, du bist död. Es sind nicht mehr viele, würde ich sagen. Nee, aber wir sollten das mal um die kümmern, die da hinten noch stehen. Warte, ein Stück Drohne rein. Was ist denn mit ihr los, Alter? Die läuft ja einfach in der Wand, Alter. Die läuft einfach in der Wand. Der juckt sie gar nicht. Nee, halt echt nicht. Absoluter Juckreit an dieser Stelle. Naja, komm zu uns hoch. Ich hole ihn kurz. Ab einen. Ab noch einen. Okay, dann ist eigentlich ist hier erstmal... Ja gut, lass vorne hingehen. Okay. Ich starte die Mission. Wenn es das nicht ist, weiß ich es auch nicht. Wir ballern hier rum, nur um die VIPs zu erschrecken und Karsita herzulocken. Ein Orden gibt es dafür bestimmt nicht. Erschießt nur bitte keine Zivilisten. Warte, ich habe es aber vorher gehabt. Echt ehrenlos. Okay, lass es. Du keine Zivilisten. Direkt danach habe ich die Verschossen. Okay, hier hoch, oder? Ich gucke mal, dass ich, wenn dann, äh, die feindlichen Fahrzeuge wegwelle. Also ich komme da nicht ran, ne? Nee, okay, ich komme da leider nicht ran. Dann campen wir uns hier ein oben. Ja gut, dann muss ich nochmal zu dir kommen. Warum hast du das Gebiet verlassen? Ich bin tot. Hilfe. Gefahr. Scheiße. Ja, lass die Mission jetzt einfach direkt starten. Ja. Und dann in den Raum da oben campen gehen. Ja, hatte ich halt gesagt, ne? Das wäre halt eine bessere Idee. Also meinst du bist nicht besser? Also mäßig einfach die nächstbesten wegballern, rein, Mund hoch, ne? Ja, ist einfach hoch, richtig. Über die Einbo-Basis. Also, okay. Ich hock da mit einem Granatwerfer an der Tür. Ja. Ich mach jetzt, versuche jetzt was ganz cooles zu machen. Höchstwahrscheinlich wird es nicht klappen und ich werde gleich sterben. Aber wenn es klappt, bin ich der coolste. Also, der coolste, aus der coolste Klasse bist du da? Warte, ich kann tatsächlich diese dummen Tiere nicht abschicken können. Doch, Tiere können wir töten. Wie kommen die Viecher hier über uns? Welche? Also, die. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich glaub. Ne, geil, du bist ja absolut das Deine, oh Gott. Ich hab grad irgendwie 200 Mal Schuss dafür verschossen. So, das freut mich jetzt. Okay, also einfach Rambo, Rambo Schlembo rein. Waddy, siehe, ich bin Gott. Okay, Icarus, auf damit. Hast du gesehen, was ich getan habe? Ich bin einfach vom Felden gesprungen. Waddy kann einfach vom Felden springen und dann aktiviert er den Fallschirm. Echt? Ja, hab ich grad gemacht. Der Tango ist hin. Ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Einsatz und da steht schon. Okay, ich laufe, Malte. Also, du meinst einfach wirklich drin campen, nicht irgendwie auf Taktik machen. Weil die campen ist wohl die beste Taktik. Na, ich dachte jetzt, ich sitze oben und schieße die mit einem Granatwerfer weg. Okay, Mati, springen wir den Berg runter, das schaffst du diesmal. Warte, ich will dich kurz bis dahin beobachten. Wir springen. Schuss. Zieh, 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 zieh. Nein. Das war mega knapp, Alter. Nein. Das war mega knapp, Alter. Okay. Wir haben noch gar nichts gemacht. Okay, ich hocke hier mit einem Granatwerfer am Anschlag, ne? Ja, und ich schieße aus den Panzern raus, wie so ein Terrorist. Tango ist tot. Okay, ich fühle mich wieder. Der letzte Allah. Du bist doch Allah. Super. Der Typ rennt hier hoch. Das ist eine dumme Idee von dir. Wisst ihr, der rennt zu den Terroristen rein. Das war die nächste Folge. Na, tschüss. Das ist eine dumme Idee von dir.